Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight im Autohaven-Schrottplatz mit dem Wandler. Oh, da rennt mir ja schon einer entgegen. Vielen Dank für die Toilette. Oh, da hinten noch einmal dran, oder? Oh, kriege ich Toilette auch noch? Jawohl, ja. Zwei zum Preis von einem. So, dann haben wir hier einen Haken für dich. Und der gute Dwight. Der kommt direkt dorthin. Und dann gehen wir mal direkt wieder zurück. Nix wieder hin. Nix wieder hin. Danke, Claudia. Voll nett von dir, aber... Was haben wir jetzt kaputt gemacht? Haben wir mir jetzt das Wiegenlied der Jägerin kaputt gemacht? Das fände ich äußerst unschön. Oh, das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Punkte. So, jetzt wollte ich hier durchgehen und hier die Peilette wegzumachen. Oh, da ist jemand. Dankeschön. Keine gute Idee, fürchte ich. Dann, ach, da. Sehr schön verraten. Da läuft die Chlodette. Oh. Das hast du gut gemacht. Wie ist die jetzt bitte vom Verletzt-Status? Okay. Wie ist die jetzt bitte vom Verletzt-Status? In den Nicht-Verletzt-Status gekommen. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Laufst du mir rein? Nein, schade. Du wolltest tanken? Dann tanke. Hier kommst du direkt. Hier hin. Da ist nämlich ein Haken für dich extra. Geht rein. Nein, wo ist das? Da war, da war ich. Da bin ich gut. Haha, Klydia. Haha, Klydia. Du arme. Hast du dem armen? Und Ace, glaube ich, hat die Palette ins Gesicht gehauen. Peinlich, peinlich. Oh, ich grieche dich trotzdem. Okay, mal. So. Auch du dürftest damit tot sein. Da ist einer, der ist aber nicht. Der nicht. Da läuft jemand. Ich schaue dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich weiß gar nicht, wie oft du hinkst, aber da waren jetzt gerade Kratzspuren vom Wald. Ah, komm schon weit, zeig dich. Auch tot, alles klar. So, wo ist die Luke? Die hätte ich gerne. Oder Dwight. Von der Zeit her würde ich sagen... Kann er machen, muss er nicht. Also ich finde, man sollte, wenn man die Luke sieht, direkt reinspringen, warum muss man da dann irgendwas machen, dass ich darauf aufmerksam werde? Das wollen wir noch auf die Nase binden. Da ist die Luke. Ich komme frei. Aber naja, ein Dwight halt. Was soll man dazu sagen? Aber er hat ja ein schickes Outfit an, von daher passt das schon. Ja, ansonsten habe ich drei Leute gekillt. Ich musste noch sechs töten. Also alles wunderbar. Ja, der Wandler hat es mal wieder gerockt mit seinem Messerschirm. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe euch beim nächsten Video auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.